Nochmal ganz kurz, weißt du, wer ich bin? Weißt du, dass ich abgegrieft bin? Und YouTuber bin? Wer ist abgegrieft? Ich nehme hier gerade für meinen YouTube-Channel auf, ist dir das klar? Ja, mit deinen 5 Abonnenten kannst du mich in Ruhe lassen. Okay, gut. Ist es okay für dich, wenn ich das Ganze hochlade? Ja. Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin gerade auf dem Mindsucht.net-Server. Und ihr müsst wissen, im Moment gibt es den Hero-Rang im Shop. Deswegen der erste Link, beziehungsweise ich verlinke einfach den Shop in der Beschreibung. Machen wir es so. Der Shop ist in der Beschreibung verlinkt, denn die Heroes können jetzt gerade mit auf die Silent Lobby und so anderem. Außerdem gibt es einen bis zu 80% Sale. Das wollte ich euch dringend noch sagen, denn es geht nicht mehr so lange. Und wenn ihr Bock habt, meinten wir noch was zu kaufen, dann tut es bitte jetzt. Aber heute wird eine Runde YouTuber vs. Zuschauer starten. Und deswegen werde ich mir jetzt einen Zuschauer heraussuchen von euch. Und ich bin sehr gespannt, wen wir heute kriegen, Freunde. Wolltest du mit Gold spielen oder nicht? Tatsumasa? Du kannst dich jetzt im Ganzen entscheiden. Wer ohne Gold spielt, den Noobs. Wie ohne Gold ist jetzt... Bist du für... Ach, jetzt geht's spät. Ich bin für Gold. Jetzt geht's los, jetzt ist es random. Nimm. Tatsumasa, wir starten. Beide gegeneinander... Hey, ich hab den Gold gestimmt, du Idiot. Äh, finde ich nicht so schlimm. Ich hätte, glaube ich, dagegen gestimmt, aber finde ich eigentlich ganz gut. Ich mag wohl Gold. So, wir spielen noch gegeneinander. Ich begegne den Tatsumasa. Der heute das Glück hat, dabei zu sein. Freust du dich? Nein. Ähm. Das ist... Das ist... Okay, gut. Gar kein Problem. Du heißt Abgeist ein Noob. Denkst du, ich bin nicht gut? Ja, dein Skill ist größer gleich null. Okay, interessant. Würde ich sagen, Tatsumasa. Ich zeig dir, dass es anders ist. Wir spielen heute um den Diamond-Rang und zwei Wochen Bahn, wenn du eben verlierst. Ähm. Das ist soweit für dich okay, oder? Ähm. Nein. Du weißt schon, dass wir hier YouTuber vs. Zuschauer spielen, ne? Also, wenn das nicht okay für dich ist, dann sag das bitte jetzt, weil dann nehme ich wen anderen aus der Community. Ne, du wirst eh verlieren, von daher. Kannst du mir nicht gleich den Rang geben? Nein, nein, ich frage nochmal anders. Stimmst du dem zu, dass wenn du jetzt hier verlieren solltest, dass du zwei Wochen gebannt bist? Äh, ja, kannst du ruhig machen. Aber wenn du verlierst, bahnst du dich dann auch permanent? Nein. Wenn ich verliere, kriegst du doch einen Diamond-Rang. Kennst du das gar nicht, YouTuber vs. Zuschauer? Kann ich den Hero-Rang Lifetime haben? Äh, wir sind noch ganz am Anfang, wenn du Bock hast, machen bis zu Tatsumasa. Wir spielen um den Hero-Lifetime-Rang, okay. Aber wenn du verlierst, bahn ich dich für einen Monat, ja? Wenn wir es nicht so machen, dass du dann permanent gebannt wirst von dem Server? Ich glaube, du verstehst das Prinzip noch gar nicht so richtig. Das würde mir mehr bringen. Nein, das ist ein Kack-Server. Wieso? Scheiße, wie neuliche Leute, ey. Tatsumasa? Was? Bist du ein Troll oder ist das hier ein Witz von dir? Ja, das ist ein Troll. Tatsumasa? Meine Mama ist ein Troll. Okay. Du weißt, du hast aber schon mal YouTuber vs. Zuschauer gesehen, oder? Äh, nein. Okay, pass auf, ich erkläre es nochmal kurz. Du hast mich einfach nur gemoved, weil ich wahrscheinlich den Namen hatte, der das auf dich zutrifft. Du hast geheißen Abke ist ein Noob, ja. Also, Tatsumasa, pass auf, wir spielen YouTuber vs. Zuschauer miteinander. Wenn du gewinnst, kriegst du einen Daimitrang, wenn du verlierst, muss ich dich bannen vom Server. Ich dachte, ich gehe im Hero Lifetime-Rang. Ja, wir können auch um den Hero Lifetime-Rang spielen, aber dann bist du für einen Monat gebannt, okay? Äh. Wirst du dir einen Monats-Band holen, oder wie? Oh mein Gott, mit was rede ich? Wo brauchst du dich denn hinterlässt, Tatsumasa? Ja, zu deiner Mama. Du, deiner Mama. Du weißt schon, dass ich das aber auch gerade hier aufnehme, ne? Das ist dir hoffentlich klar. Hurensohn. Hurensohn? Hast du mich gerade Hurensohn genannt? Halt deine Fresse, du Hurensohn. Äh, nochmal ganz kurz. Weißt du, wer ich bin? Weißt du, dass ich abgegrieft bin? Und YouTuber bin? Wer ist abgegrieft? Ich nehme hier gerade für meinen YouTube-Channel auf, ist dir das klar? Ja, mit deinen fünf Abonnenten kannst du mich in Ruhe lassen. Okay, gut. Ist es okay für dich, wenn ich das Ganze hochlade? Ja, für deine fünf Abonnenten kannst du es richtig hochladen. Super, dann laden wir es einfach hoch. Ich würde sagen, ich lege jetzt auch mal richtig los hier, kaufe mir ein geiles Zeug. Tatsumasa, dann schlatsche ich dich weg, dann katsche ich weg. Kaufst du dir einen Lollipop, weil deine Mami dir nie einen gekauft hat? Genau, ich kaufe einen Lollipop. Hast du denn schon mal auf meinen Such gespielt, Tatsumasa? Äh, nein. Du hast noch nie gespielt. Weißt du denn, dass gerade auch ein Hero Sale ist? Äh, nein. Doch, jetzt gerade ist ein Hero Sale und zwar kann man damit ja auch... Ich habe komische Werbung erhalten, die ich irgendwie nicht sinnvoll erhalte. Und dann fängt er an, mit der anderen Tricks Angel zu spüren. Tatsumasa. Mehr kannst du auch nicht als Angeln. Warum baust du dich denn so hoch? Tatsumasa, viel zu hoch hier oben. Wo willst du denn hin? So in einer inkompetenten Mutter. Oh, ist der wäre gestorben? So. Jedenfalls gibt es gerade ein Hero Sale. Das Ganze ist auch im Shop. Hört euch im Schaden den Rang nicht zu kaufen. Du kennst doch den Rang gar nicht. Du meinst doch... Du hast nur leckt und backt. Wo leckt es denn hier? Wahrscheinlich leckt dein Internet. Was ist los mit dir? Ich habe eine 500k Leitung von der Telekom. Du Opfer. Eine 500k Leitung hast du privat? Du weißt schon, dass es das nur für Unternehmen gibt, ne? Nein, Vectoring. Was für ein Ding? Vectoring. Oh, hast du mich gewischt? Du Opfer. Also ich richte mich noch ganz kurz an meine Zuschauer. Ihr wisst, am Ende gibt es den 80% Sale und so weiter. Das wollte ich euch noch erwähnen, wenn ich es am Anfang nicht getan habe. Ich empfehle euch nicht zu kaufen und schaut doch bitte nicht vorbei. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade hier ein Troll ist oder nicht. Jedenfalls meint ihr euch ja gerade Geburtstag, deswegen gibt es den Sale. Ihr wisst jetzt Bescheid, jetzt werden wir auch weiter spielen. Was, der Kaxi erwart Geburtstag, oh bitte nicht. Wir sind ein Jahr alt geworden, Tatsumasa. Deswegen haben wir jetzt gerade eine Rabaration. Wie konntet ihr euch überhaupt ein Jahr halten? Wie ein Jahr halten? Ja, ihr seid... Ich hab's geahnt. Ich hab ein ganz so guter Server. Wir sind ein nicht ganz so guter Server. Wieso das denn? Ja, es gibt deutlich bessere. Komma HD.net zum Beispiel. Komma ist besser? Ja. Und wieso sind die besser? Ja, weil da kompetente Leute spielen. Und deine Mama. Springt vorher gegen die Wand, als er sagte, da spielen kompetente Leute. Nice. Ich spiele nicht auf Komma. Komma stimmt aus, so wie mein Sohn. Du hast eh den besten Skin. Du hast nur einen Troll-Skin, mein Freund. Ich hab den Skin deiner Mama. Kann das sein, dass du der erste Troll bist in YouTuber-Weser-Zuschauer, der versucht hier einfach nur Trouble zu machen? Soll ich denn hier trauen? Oh. Ich bin kompetente Stück Scheiße, was leckt dieser... What? Wo soll es denn geleckt haben, Tatsumasa? Ich hab die Stimme einfach runtergeschlagen. Es hat geleckt. Es hat nicht geleckt. Es hat mich schon 10.000 Mal totgeboxt. Es hat überhaupt nicht geleckt. Aber du einfach bist... Digga, es hat nicht geleckt, Mann. Ich hab dich einfach getötet. Ganz normal. Nicht mal besonders gut. Kannst du mal deine Stimme normal halten, wenn wir nicht die Ohren kaputt schreien? Oder soll ich mal zurückschreien? Und dann bist du tausch. Wenn das Ganze hier auf YouTube ist, wirst du merken erst, was hier eigentlich los ist. Also ich glaub, du checkst die ganze Situation gar nicht besser. Äh, was auf YouTube? Deine 5 Abonnenten, was sollen die machen? Meine 5 Abonnenten können ja mal einfach einen Daumen nach oben da lassen, würde ich sagen. Vielleicht schaffen wir ja 5 Likes, Leute. Das wird euch empfehlen. Wenn jeder, der zuguckt, ein Like gibt, dann schaffen wir 5 Likes, Freunde. Oh mein Gott. Oh. Hat's nicht geklappt? Ah, das war knapp. Du Arschteige. Tschau, tazumata, tschüss, tschüss. Tschüss. Ups, hallo. Na, Mist. Hast du mich erwischt? Du Arschteige fickt deine Mutter. Im Lollip. Mhm, ist klar. Ist klar. Sowas Schlechtes für dich habe ich noch nie erlebt. Sowas Asoziales für dich habe ich auch noch nicht erlebt. Warum baust du dich jetzt hoch? Willst du mal was Großes sehen? Dann baue ich mein Türmchen. Ja, zeig mir was Großes. Ach man, hast du mich erwischt? Ich lebe noch, ich lebe noch. Tazumata, ich lebe noch. Ja, du Opfer. Ich lebe noch. Und wegen, du lebst noch. Du bist gestorben, elendig. Aber du hast 20 dann schon einen Lifetime, oder? Digga, du hast es immer noch nicht verstanden, oder? Wenn du gewinnst, kriegst du einen Minecraft-Rang. Ich habe doch schon Admin hier auf dem Server. Hackst du? Ne, du hackst nicht, oder? Ich used to. Okay, du bist runtergefallen. Ich bin krass. Ich glaube mal, jetzt zur Erklärung. Nein, nein, jetzt hör mal auf hiermit. Nochmal zur Erklärung. Wenn du gewinnst, kriegst du einen Rang auf diesem Server. Wenn ich gewinne, dann wirst du gebannt. So ist die Regel, wenn du das geschehen. Aber was ist, wenn ich da keinen Rang auf dem Server haben will? Ja, dann solltest du dich nicht Abgeist ein Noob nennen, weil die meisten versuchen, mich damit zu provozieren, damit sie in YouTube-Wars-Tuschild rankommen dürfen. Aber das war mal ernst. Du bist ein Noob. Dein Skill ist kleiner gleich null bei. Aber du kennst meinen Channel nicht, aber Abgeist ein Noob. Ja, weil du bist doch Server-Administrator. Von meinsucht. Ja, ich bin Server-Owner, Besitzer, ja. Owner? Ich bin nicht nur Admin, ich bin... Was? Du besitzt was? Kleines... Kleines Kind. Du bist drei Meter groß. Du bist drei Meter groß. Du bist vier Meter groß. Oh. Upsala, ist da wer runtergefallen? Oh. Oh. Tatsumasa. Halt einfach deine Fresse, du Opfer, du bescheißen Mistgeburt. Halt einfach deine Fresse, ey. Gut, Freunde, an der Stelle würde ich sagen, das war's mit diesem... Ach ja, ich muss dich ja noch... Ach ja, ich muss dich ja noch bannen. So. Werde ich jetzt gleich direkt tun. Ich werde dich jetzt gleich vom Server bannen. Das war's mit diesem Video. Habt einen sehr schönen Tag. Gebt noch einen Daumen nach oben, Freunde. Der ist jetzt einfach auch gegangen. Gebt doch bitte einen Daumen nach oben dafür. Denkt an den 80% Sale im Shop. Ich hab's, glaub ich, jetzt so oft erwähnt, aber der hat mich grad die ganze Zeit unterbrochen. Wisst ihr? Und hat irgendeine Scheiße erzählt. Bitte lasst euch davon nicht irgendwie geärgert fühlen oder so. Ich will nur das sagen, weil wir gerade Geburtstagsmonat haben. Und jetzt habt einen sehr schönen Tag. Haut rein. Und tschüss.